Haben Sie das wirklich verstanden? Ja. Das wird erscheinen. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde sind wir neu und das, was wir nicht wollen, tun wir doch in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort ganz allein und verlassen von Mensch und Gott zwischen Himmel und Erde ausgestreckt dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort wo sich Himmel und Erde trifft in dir und dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde leiden wir an Zerrissenheit auf dem Weg zu dir in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde ist ein Steg und du selbst bist die Brücke und der Weg in dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort ganz allein und verlassen von Mensch und Gott zwischen Himmel und Erde ausgestreckt dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort wo sich Himmel und Erde trifft in dir dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde stehen wir und wir treten in diesem Rist und in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit Du machst Himmel und Erde ein und du bist schon da und du bist treu in dieser Zwischenzeit In dieser Zwischenzeit Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier Zwischen Himmel und Erde hängst du dort ganz allein und verlassen von Mensch und Gott ausgestreckt dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort wo sich Himmel und Erde trifft in dir dort am Kreuz. Applaus und widmen Sie!